Hallo zusammen, ich bin Bösser Gummibaum und willkommen zurück zu Let's Play Civilization Sexgaming Storm als Russland in unserer Kultursieg ohne Theaterplätze Challenge. Ähm, was müssen wir tun? Wir müssen diese Stadt zurück kommentieren. Der Epoi hat gemeint, der Epoi, der Epoi mal wieder. Ich meine, ich soll doch endlich ihn fragen, dass er nicht mehr meine Städte kommentiert. Okay, was soll das jetzt heißen? War das ein Ja oder war das ein Nein? You fucking idiot. Hey, ich hab ihn jetzt gefragt. Eleviert, ähm, sagt, Gurus sind trotzdem unglaublich effektiv, weil man halt so viele Apostel auf einmal damit heilen kann. Schüs, schüs. Nee, vielleicht machen wir ihn dann an einen Guru. Und, ähm, redet immer noch über die China-Kontroverse bzw. den Aussprachefehler, den leider viele meiner Zuschauer haben. Es ist sehr traurig. Man sollte sich über Leute mit Disabilities nicht lustig machen. Und meint, dass das auf einen Kaiser-Chin, I guess, keine Ahnung, Kin-Chin, was auf keinen Fall heißt, ist Jin. Das kann ich hundertprozentig sagen. Und meint dann auch, ich sag auch Chile und nicht Kile. Ja, ich sag Chile. Und wenn du China sagen willst, dann von mir aus. Aber nicht Gina. Und nicht Gile. China lasse ich mir noch einreden. Okay, das hat wenigstens einen gewissen Bang dahinter. Aber China, China, brrrr. Okay, anyways. Wir reden nicht weiter von China. Ähm, einheitenbenötigen Befehle. Du, äh, bleibst aber hier. Du kannst dir nichts machen. Wieso fragst du mich überhaupt nach Befehlen? Nein, die Leute, die Leute wollen mich nur trollen. Ziffeln mich trollen. In den Kommentaren wollen mich trollen. Das ist ein huge fucking trollfest. Ähm. Hey, das ist nett. Geh die Welt erkunden. Vielleicht kannst du da mal was Schönes schreiben. Also wenn wir ein Plätzchen hätten, wo du das tun könntest. Hammer leider nicht. Das heißt, du wirst für den Rest deines Lebens orientierungslos in der Gegend rumlaufen, bis du stirbst. It's a sad story. Really. Okay, ähm. Wir können da immer noch nicht rüber, gell? Weil wir ermordet werden. Vielleicht geht der nächste Runde weg. Vielleicht geht der nächste Runde weg. Vielleicht ist der Deutsche aus dem Sals einmal nett. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Where is he? I'm so scared. Hey. Wo ist er im Ernst jetzt? Der hat doch nicht... Wurde der gerade raus teleportiert wegen dem Versprechen? Ah, da ist er. Okay. Hey. Stop it. Ähm. Alrighty. Alrighty. Wir wollen nicht mehr mehr Shit bauen, weil wir unseren Shit brauchen, um anderen Shit zu bauen. Nämlich Nationalparks, Stadt Apostel und so Zeug. Wo sollst du hin? Ah ja. Ah ja. I remember now. Du gehst hier hin. Okay. Wie viele Städte haben wir eigentlich? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sieben, acht, neun. Zehn dann. Na, elf. Warte mal. Habe ich das jetzt schon mitgezählt? Drei. Sechs, zehn. Elf haben wir dann. Okay. Das ist nicht mal so shabby. Das ist ganz okay, muss ich sagen. Elf Städte. Äh, ich will das hier gerade abholzen. Was baue ich? Die Kapelle des Grausmeisters. Okay. Wenn ich meine, dass das eine gute Investition meiner Zeit ist, dann habe ich damit sicher recht. Kann mir eigentlich nichts anderes vorstellen. Du baust den Tempel. Äh, ja. Die Frage ist jetzt, ob ich die Dingsis wirklich bauen will, die Kathedralen. Aber, ähm. Also kaufen meine ich mit Bauen, aber ich glaube, es wäre eine depperte Idee. Ey. Da sind die Katholiken drin. Warte mal. Kannst du mal kurz weg? Ich würde den so gerne killen. Ich glaube, darüber habe ich schon die gesamte letzte Folge geredet. Oh, der war so ein Mist. By the way. I shouldn't have done this. I will mich jetzt ermorden, weil ich ein Idiot bin. Ist meistens so. Also, dass man ermordet mich, weil man ein Idiot ist. Das ist unpopular opinion. Aber ist so. Äh, du gehst da hin. Einheit benötigt Befehle. Ähm, nein. Du Schwein. If I might add. Abstimmungsbeginn. Handelswege an den gewählten Spieler. Ich bitte. Ich hätte gerne Handelswege. Dankeschön. Plus 10 Kampf. Will ich das haben? Ich würde das gerne haben. Hatten wir mehr? Alle haben mehr. Naja, nicht wirklich alle. Ähm. Not gonna win this in all likelihood. Ha? Still gonna try. Weil wenn ich es nicht gewinnen, kriege ich das Zeuge wieder zurück. So who cares. Birgoboismus. Die einzig wahre Religion vor dem Herrn. Und mit der Herr meine ich natürlich den großen Gummibaum im Himmel. Like always. Motherfuck, get fucked. Wo ist der blöde Disputant? Get fucked, my dude. Wir haben nur noch deutlich. Ach mein Gott, I can't. I guess I can't do it. Wobei er sitzt auf seinem eigenen religiösen Gebiet. Vielleicht kommt er wieder. Wo ist meine, wo sind alle meine dopen, sehr starken, überhaupt nicht verängstigten Apostel? Habe ich nur zwei noch? Habe ich nur noch zwei am Apostel? I don't like it. I don't! Ähm. Okay. Wir ziehen die Schlinge zu. Um den Schlingel. Hier unten. Sag mal, wieso gehst du dich noch nicht zu mir? Bist du irgendwie wach oder so? Gepeil des Großmeisters fertig. Ich will da schon die ganze Zeit das Handelszentrum bauen. Ich freu mich, ob die Uni überhaupt irgendeinen Sinn macht. Eher weniger eigentlich. Wir brauchen auch die... Wir brauchen die Handwerke. Wie schnell brauche ich hier ein Handwerk in drei Runden? Oh, ein Händler wäre auch geil. Gouverneurstitel. Wir brauchen die Raumfahrtsinitiative bitte sowieso nicht. Was wäre das? Ähm. Okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen viel investiert, in nur diesen einen Apostel zu killen. Aber... Kommt er noch in Smolensk vorbei vielleicht? Kommt man. Mein Typ. Geh nach Smolensk. Du brauchst nur fünf Runden, um dich zu etablieren. Which is a bit annoying. Bis dahin ist er vielleicht schon wieder weg. Probably. Okay, wir bauen jetzt noch schnell die Mine. Da ist auch momentan kein geplantes Naturschutzgebiet in der Nähe. Wo ist er? Da ist er. Musst du nicht nach Smolensk kommen, mein Freund? Komm nach Smolensk. In Smolensk ist es schön für deutsche Apostel. Oder wie die Deutschen sagen würden, Smolensk. Ähm. Du gehst dahin. Und bleibst dann hier stehen. Einheit benötigt Befehle. Oh. Er ist in Scholikamsk. Ähm. Ähm. We kind of could do it. Mit Feindenkräften. Es wird nur Inward dabei drauf gehen. Was sehen wir auch kein Spaß ist, nicht? I'm so skilled. I can be... Vielleicht greift er Inward auf einem Weitfeld. Ich hab schon wieder vergessen. Kriegen die Defensivboni? Ich glaub die Antwort darauf ist ja. Just not entirely sure. Ja, komm da hin. Wir kriegen noch Boni, weil wir nebeneinander stehen. Handwerker abgeschlossen. Well done, my friend. Well done. Da wollte ich eigentlich die ganze Industriegebiete holen. Brauche ich das unbedingt? Da ist eins, eins, zwei, drei, vier. Das wäre schon nett in Jaroslawien, aber das ist nicht nötig. Also vier Jaroslawien wäre es nett. Die Frage ist nur, wie ich in was anderes stattdessen mache. Ich meine, die Wassermühle bei dir wäre auch nicht schlecht. Gesamte schicken. Da bin ich immer noch Souserain. Habe ich zwei. Dann hauen wir es nach Bannerbrunner, damit wir ein bisschen mehr Geld bekommen. Nicht, dass Geld gerade unser größtes Problem wäre. Es gibt noch einen religiösen Dude. Nur damit ich dann alle meine Kathedralen voll bekomme. Wenn wir sie mal haben. Es dauert noch ein bisschen, bis ich Wälder anpflanzen kann, aber ich will sie ja dann gleich pflanzen. Die Wälder. Also hau die schon mal da hin. Warte mal. Da ist easy. Die beiden Wälder kannst du gleich mal bepflanzen. Wir gehen ihn nur bedrohen. Mit unseren Einheiten hier. Das ist immer alles am Arsch hier so schnell. Schade, dass man das neu aufbauen muss, statt einfach nur zu reparieren. Ich habe Vertrauen darin, dass in Kasana als nächstes die Kathedrale steht. I guess. Wie mir scheint. Okay, wo geht er jetzt hin? Er hat noch nichts getan. Er muss hier in die Stadt kommen. Vologda. Servus, Vologda. How is it hanging? War mal ein Handwerker. Hey. Hat mir gerade wieder einen Krieg erklärt? Sonst hat sich so eine Zeit mir gerade wieder einen Krieg erklärt. Ah, wir sind ein militärisches Bündnis mit wem? Okay, was ist, wenn ich... Du kommst da nicht hin, leider. Du kommst da auch nicht hin. Alter, du sitzt in der Stadt. Also, dir kann er nicht mal was tun. Als Gegenangriff. Oh mein Gott. Kannst du... Wieso habe ich da keine Straße zwischen denen? Ah, ich's gonna one shop me next time. Wenn ich das mache. Ich glaube, er wird jetzt versuchen, nach Deutschland zurückzurennen. Das Schwein. Bevor ich ihn kämen kann. Was ich nicht besonders nett finde von ihm. Was man daran sieht, dass ich ihn gerade als Schwein bezeichnet habe. Zurecht. Ich auch noch hinzufügen möchte. Okay, by the way. Wir müssen da nicht mehr diese Dingsis haben, wenn ich's eh schon hingebaut hab. Same here. Same here. Okay. Und er kommt da wieder auf die Straße. Also er hat ein relativ freies Fluchtfeld hier. Das könnte man nicht machen, weil ich hätte vorher Regierung ändern können. Hätte ich wollen? Ich glaube, er hat gesagt nicht. Ähm, ja, geh mal da hin. Es dauert noch so lang. Ich kann dazwischen ja noch mehr Handwerker bauen. Vielleicht sollte ich lieber noch irgendwelche Verbesserungen raushauen. Ähm. Geh mal nach Kazan, damit wir da schnell die Kathedrale gebaut haben nachher. Das hat schon gut gefällt. Da darf ich jetzt eigentlich keine Minute drauf bauen, gell? Es ist eigentlich schön, wenn das neben einem Vulkan liegt. Sollte eigentlich schön sein, oder? Ist nicht schön. Ist gar nicht schön. Ist überhaupt nicht schön. Wieso ist es nicht schön, da ist ein Vulkan? Weil das Problem ist, was passiert, wenn diese Wälder, die ich da draufsetzen will, dann wieder von dem Vulkanausbruch zerstört werden? Ist da mein Nationalpark im Arsch? Oder how does this work? Oder muss man es nur zum Setzen und dann ist egal? Okay, he's an idiot. Thank you. Dankeschön, lieber Deutscher. That was very nice to feel. Ich weiß es zu schätzen. Ähm. Das geht sich sogar aus. Deutliche Niederlage. I disagree, my friend. Deutliche Niederlage. I disagree again. Aber das ist das Bessere. Wuh! Wunderbar. So. Ziel dieses Let's Play hätten wir bereits erreicht. Alles Weitere ist nur icing on the cake. Ähm. Okay, du gehörst wieder mehr. Oh, Akkad bekehren gehen. Wäre noch ganz nett, oder? Naja. Und gehen Akkad bekehren. Das geht so nicht. Das ist eigentlich da oben. Ich könnte auch noch versuchen, hier ein bisschen zu bekämpfen. Weil es ist alles der Deutsche, gell? Das ist alles deutsche Religion. Ich meine, wir haben noch Verbreitungen auf unserer Postle. Ich werde keinen weiteren Baum, glaube ich. Aber die, die ich habe, spricht eigentlich nichts dagegen, das noch schnell zu verwenden. Also, bis ich nur noch eine habe, damit ich sie immer noch zum Feiten verwenden kann. Wenn der blöde Deutsche mal wieder vorbeikommt mit seinem blöden Apostel und doch noch blöd bekehren will. Nur weil ich ihn noch nicht darum gebeten habe, das nicht zu tun. Was ja völlig logisch ist, nicht wahr? Wer will schon hören über den blöden Katholizismus? Wenn man stattdessen einen Gummibaum haben kann. 4, 2, sounds keine dope. I have to say. Wobei, ich sollte lieber internationale Handelsbege machen, eigentlich. Ja, der war stupid. Ich kriege sicher auch in rund zwei Produktionen internationalen Handelsbege und das wäre schlauer gewesen. Wir werden irgendwann von ihm möglicherweise überrannt werden, weil wir einfach überhaupt keine Wissenschaft machen und damit quasi wehrlos sind und uns er leider einfach die ganze Zeit nicht mag. Er mag mich auch nicht wirklich, obwohl wir eigentlich so gut befreundet wären grundsätzlich. Wieso du magst ihn? Wieso magst du mich nicht? Das ist kein Geil. Du bist unfreundlich. Aus welchem fucking Grund? Erste Eindrücke von mir waren so schlecht? Wirklich? Why? Können wir dir noch sowas verscherben? Mein Gott, zahlst du wenig dafür allerdings. Das ist halt schon ein bisschen blöder gewesen. Ich verkaufe dir weiter Pferde und vielleicht hast du mich dann lieber. Ne, wir kommen wir schön. Wie viel zahlst du für die 22 zusammen? Okay. What? Naja, fein. Nur mal auf gut freund zu machen. Du hast ein Wohnhausproblem. Servus, Trajan. Können wir auch freuen. Das ist eine Ehre. Ich hoffe, jetzt haben wir nicht wieder verkeckt den Anfang hier. Oh, wie ist denn eine große Fortschritte gemacht? Die, 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 die das denke ich alles wichtige bereits also da hätte ich lieber sagt dem sollen wir nicht da könnten dann handwerker jetzt übertreibe ich so schön langsam mit den handwerkern ich meine super optimal wie soll ich da kein arkadukt dazu geplant gehabt zu dem geplanten industriegebiet hier wieso mache ich solche sachen was the point of this industriegebiet hier ja das geht ja nicht wegen dem bursche wenn es das hässlich hier industriegebiet hier aqueduct keine works da sind wir beide da wir waren einfach mal dass er gedruckt so wir brauchen mal aber erstmal du weißt ist eigentlich auch den stau da mir wieder dort 15 runden wo wollte ich ihn da das labra hinfahren nicht da oder stadt haben hin kehrt vielleicht aber hier hin zu meinem plus 1 labra außerdem bei euch die kathedralen das ist auch fein man noch fünf runden ist jetzt aus mit der kultur 139 kultur und 47 tourismus 60 tourismus 130 40 tourismus 28 96 tourismus aber fast keine kultur okay klar sieht nicht so schlecht aus du bleibst hier tempel fertig du warst das mal ähm hey chocolate hill servus ja ist ziemlich kavalerie korpsen wenn sie cool werden nur deswegen strebt danach ein würdigeres beispiel für den rest der welt zu sein erfolg wird euch lieben wenn ihr es zum rumführt ja wir sind vor wir sind so eng mit fucking dem großen gummibaum im himmel wie wir sind ein leuchtendes beispiel für alle stupid mother fucker kathedrale wird gebaut ich will jetzt kein glauben gerade ausgeben weil wir nachher hau mal die hau mal die naturparks raus da werdet ihr noch sehen da werdet ihr noch sehen was da alles passiert ähm what ähm i mean why not mhm oder war da irgendwo wir haben keine insel hier nur entdeckt gell das sieht alles sehr inselfrei aus ja keine lust hin was zu machen wann darf ich anpflanzen steht da schon was von wald anpflanzen nein ich will wald anpflanzen dann das ist nächste gell das ist genau da wo den nationalpark sind nur damit ich alles auf einmal machen muss gemein das spiel das dauert auch noch ein zeit die gelb 20 grunden ich brauche mehr kultur by the way brauchte bisher mehr kultur das wäre gerade sogar das sehr angenehm zu ein bisschen mehr kultur zu kommen für mich mich freuen wenn wir das machen könnten das ist es wirklich deppert da nur blöd darum zu stehen baut es noch irgendwas versüßt euren mitbewohnern das leben liebe bautrupps das ist der auftrag für den heutigen tag du kannst das hier abreißen gehen ähm geht sich da noch irgendwas aus bezüglich nationalparks hier strandbäder wann kann man strandbäder bauen das nehme ich mal an nicht auch noch bei naturschutz diese handwerken wälder zu pflanzen sekundär wald wälder vor eurem territorium die noch nie gerodet wurden primär wald erhalten plus 1 anziehungskraft also bringen die dann plus 2 oder bringen mir die selbst gesetzten wälder gar nichts für die anziehungskraft that would be mean oh shit i should also do this right davon habt ihr alle geredet nein das ist es nicht es war welches war das mit der plus anziehungskraft irgendeine freiheitsstatue ist es aber nicht nein ihr habt sicher nicht gemeint freiheitsstatue Christo wer war das mit der plus 1 anziehungskraft auf allen feldern Eiffelturm right der Eiffelturm ich meine freiheitsstatue Eiffelturm same thing right also da sollten wir nicht hin taken which we haven't wo ist das funk gewesen what the fuck ist der Eiffelturm ich kenne sie dann doch debattiert Eiffelturm Eiffelturm okay nix habe ich falsch geschrieben Eiffelturm also ohne den Eiffelturm kriegen wir die ganzen Nationalparks nicht hin oder wie Na ja, wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Let's see how it goes. Will mir nicht allzu große Gedanken drüber machen gerade. Sorgt nur für schlechte Stimmung. Bist du schon wieder Disputant, du kleines Ekel? Hey, ich wollte noch nachschauen, ob das ein Disputant ist. Das ist kein Disputant. Komm her. Komm zu Papa. Kleiner blöder deutscher Apostel. Ich glaube, der kann ja raufkommen und stänkern, ha? Ah, der meine Hund. All right. Ich hoffe, dass es dir Spaß gemacht hat, zuzusehen, wenn das der Fall war. Also, dann Like zu abonnieren und den Channel. Aber vor allem, schau beim nächsten Mal wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Baba.